Hey Freunde, ich bin's Eli. Kommt gerne vorbei und besucht uns bei der Medion E-Razer Truck Tour und mit ein bisschen Glück seid ihr bei uns im Fokusteam, wenn ihr beim Scouting-Turnier performt. Die Gamescom ist nur der Start. Gut gemacht. Unser Scouting ist bundesweit, aber es gibt nur einen einzigen Platz zu vergeben. Die Gamescom! Ready für Scouting? Let's go! Und wir sehen uns als nächstes. 8.10. Werkviertel München. 15.10. Volksparkstadion Hamburg. 22.10. Berlin. Also strengt euch an! Wir freuen uns auf unser neuestes Teammitglied.